Untertitelung des ZDF, 2020 Liebe Alt-Lindenthaler, ich wünsche euch fröhliche Weihnachten, bleibt gesund und bis auf bald. Wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und vor allen Dingen ein glückliches und gesundes neues Jahr. Hallo, Dilefant und ich haben ein Lieb für euch. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way. Oh, what fun it is to arrive on a one's day. Wir? Ich habe den Text noch vergessen. Egal. Frohe Weihnachten. Tschüss. Liebe Lindenthaler, die Zeitreise mit euch in den letzten 23 Tagen hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen allen fröhliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021. Frohe Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten alle miteinander. Hallo, liebe Freunde und Fans der Lindenthaler. Ich wünsche ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Übergang. Bleibt gesund. Bis bald. Frohe Weihnachten und nur das Beste für ein gutes neues Jahr. Frohe Weihnachten. Bleibt gesund. Und wir wünschen euch frohe Weihnachten und gröne alle. Frohe Weihnachten. Ja, ich wünsche einen schönen Christstag und hoffe, dass ich im nächsten Jahr euch alle wieder persönlich frohe Weihnachten wünsche. Hallo zusammen. Ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ihr seht mich zwar nicht festlich, aber das kommt noch. Weihnachten ist ein großes Fest und deswegen hoffe ich, dass es euch und eurer Familie auch gut geht, auch in diesen Zeiten. Nur das Beste und hoffentlich auf ein schönes, nettes und vor allen Dingen pandemiefreies nächstes Jahr. Ja, fröhliche Weihnachten allen als Lindenthaler. Guten Abend, Frau Angelika. Guten Abend, Dieter. Sie sehen heute Abend wieder ganz reizend aus, wenn ich Ihnen das sagen darf. Danke, danke. Und es sieht alles so wunderbar aus hier. Ja, ja, ja. Und sind denn auch alle da? Äh, nein. Nicht? Nein. Und, warum nicht? Nun ja, das Coronavirus hat die Zusammenkunft gestört. Wir gehören alle der Risikogruppe an und so haben die Teilnehmer es bevorzugt, zu Hause zu bleiben. Ach, jetzt weiß ich auch, warum ich den Orgen gekriegt habe und nicht auf der Veranstaltung war. Ja, es muss leider alles ausfallen. Aber wir haben Ihnen hier etwas Leckeres gebracht. Wirklich? Und ich kann Ihnen einen Vorschlag machen, wie der Arm dann trotzdem noch etwas lehren soll. Ich könnte den Arm mit Ihnen zusammen verbringen. Wir könnten zusammen ein paar Schätzchen essen, ein bisschen Glühwein trinken und dann ein Kalinchen singen. Also nicht dieselbe Prozedur wie dieses Jahr. Nein, nicht dieselbe Prozedur. Nicht dieses Jahr nicht. Nein, nicht der Prozedur. Nein, nicht der Prozedur. Und an die Art Lindenthaler und an die Lindenthaler noch die Bitte, bleib gesund, feiert trotzdem schön Weihnachten und auch Karneval. und nächstes Jahr werden wir wieder eine Weihnachtsfeier machen und übernächstes Jahr auch wieder Kartenmann feiern. Und lasst den Kopf nicht hängen, verliert nicht den Mut, ein gesegnetes Weihnachtsfest und wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Komm her, Hans-Jürgen. Hans-Jürgen, komm mal hier zu. Komm mal zu uns, das wünscht euch auch der Hans-Jürgen. Alle zusammen, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Tschüss. Frohe Weihnachten. Flühe Wein. Frohe Weihnachten zusammen. Merry Christmas. To all of the world.